einfach eben grad glitschen gekriegt ich wurde eben grad von diesem dully da hier reingebackt und hier drin ist einfach was worauf man so leicht stehen kann da rein kann ich leider nicht frag mich ob ich weil da kann man ja eigentlich nicht durch und ich bin jetzt durch und ich hab das alles hier geskippt aber ich habe trotzdem was geskippt come on dass da für ein leichter dass mir das passiert ist spiel immer im noob modus weil ich keinen bock habe auf eine andere scheiße naja das soll es auch gewesen sein vielen dank fürs zusehen bei diesem glitz video zusehen bei